Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir machen ein kleines Update, denn wie mir gestern der Zuschauer Skur 69 mitgeteilt hat, gibt es jetzt die ersten Openings zu der neuen SpeedDuel GX mit der Destruction Box. Und ich habe das gestern so ein bisschen verpasst, weil ich relativ lange mit dem guten Hobbyliga noch gequatscht hatte und den Rest des Tages war dann YouTube so ein bisschen für mich erstmal beiseite gelegt, weil ich noch ein paar Sachen zu erledigen hatte. Und da ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass es da Openings zu gab. Ich habe mir die Sachen aber angeschaut und ich möchte kurz auch nochmal grundsätzlich sagen, diese ganze Geschichte mit der Box, wie damit hantiert wird und so weiter, finde ich einfach unmöglich, weil das kotzt einen total an, dass man nicht mal irgendeine Antwort bekommt oder eine Ansage von Konami, gibt es diese Box nun bei uns? Ja, nein, kommt die noch raus, kommt die nicht raus, warum nicht? Was ist denn da jetzt überhaupt Sache bei der ganzen Geschichte? Das ist total nervig, dass da so eine Null-Kommunikation herrscht und es ist ja gerade auch in dem Hinblick blöd, weil man zum Beispiel dann einige angefangene Themen halt nicht vollständig machen kann. Bleiben wir zum Beispiel gerade bei meinen total begehrten Moki-Moki-Sachen, ja? Das ist jetzt total gestückelt. Die Fähigkeitskarte für Moki-Moki, ja, die bekommt man jetzt leider nur in der Midterm-Destruction-Box, die nicht bei uns erscheint. Also wer jetzt wirklich ein vollständiges Moki-Moki-Speed-Duel-Deck bauen will, der muss halt zusehen, wer jetzt an diese Boxen rankommt. Was soll das denn verdammt nochmal? Kann man denn nicht wenigstens einen Abschluss machen und sagen, das ist jetzt die letzte Box, dann ist zumindest das Thema GX abgeschlossen und auch die angefangenen Sätzen abgeschlossen und danach wird das eingestellt oder so. Aber nein, mittendrin einfach sinnlos aufhören, ohne was zu sagen, finde ich echt total zum, ja, ich möchte es nicht weiter ausführen, aber das regt mich echt tierisch auf, muss ich ehrlich sagen. Auch die Verteilung der Secret-Wares finde ich auch schon so ein bisschen relativ tralala, aber na gut, bei den Secret-Wares muss ich aber fairerweise sagen, sind noch nicht alle bekannt. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach mal rüber zu der ganzen Liste hier. Ich beruhige mich mal kurz und dann schauen wir mal in Ruhe rein, was bisher bekannt ist. Also man sieht ja hier auf der rechten Seite, Secret-Wares steht jetzt gerade aktuell auf 11, aber es sollen ja laut der Box, wie es draufsteht, 20 unterschiedliche Secret-Ware-Karten enthalten sein. Also sprich, es ist noch offen, was die letzten 9 Secret-Wares sind und vielleicht ist es ja doch der Moki-Moki-König. Da schauen wir jetzt aber erstmal in Ruhe die ganze Liste jetzt durch. Bin ich richtig zu sehen im Bild? Ja, ein bisschen klein machen muss ich mich. So, jetzt kann es losgehen. Der Elementarheld Neos ist natürlich drin, ganz klare Sache, die Elementarhelden sind wieder vertreten. Diesmal allerdings, die haben die alle Neo, kann man von Neo-Weltraum sprechen hier schon? Ja, obwohl sie es nicht im Namen haben, aber gehört dazu. Gehört dazu, damit man auch diesen Part dann abgedeckt hat, weil Jadon's Deck ändert sich ja auch im Laufe der kompletten Serie. Und ja, hier hätte man zum Beispiel auch schon Löwenzahnlöwe als Secret-Ware. Da werden sich bestimmt einige drüber freuen. Die verbliebenen Neo-Weltraum-Monster. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich jetzt nicht so der größte Fan von denen bin. Ich mag die vom Design her nicht so ganz. Ja, auch hier der Grand Mole als Secret-Ware. Ich hätte natürlich lieber was anderes gehabt, aber ich denke mal, gerade für die Jadon-Fans oder auch Fans von diesen Neo-Weltraum-Monstern ist das natürlich ein absolutes Highlight. Und die sieht auch sehr schick aus, muss ich sagen. Habt ihr auch schon in dem einen oder anderen Unboxing-Video gesehen. Und ja, man kann nur immer wieder sagen, die Secret-Wares in Speed-Duel, die sehen einfachen Ticken besser aus als im regulären TCG. Okay, also wenn man sich die wirklich mal... Ich werde mal ein Video machen, wo ich das nebeneinander halte, wo ich das mal genau zeige, was da der Unterschied ist. Und die sind einfach... Also ich bevorzuge wirklich die Speed-Duel-Secret-Ware-Karten. So, Reprint Nummer 1, den ich so erkenne, ist der Galaxienzyklon. Ja, aber ist eine sehr nützliche Karte. Sollte man mit reinpacken. Die Helden-Explosion ist drin. Beschränkungsumkehr. Elementar-Held Aquaneos. Also generell, finde ich, sind es halt sehr viele Karten auch, die schon ewig nicht mehr aufgetaucht sind, oder? Oder täuscht mich das jetzt nur? Ich meine, ich bin jetzt einer der etwas älteren Yu-Gi-Oh!-Fans sozusagen. Aber ich hab so... Also von dem, was ich jetzt so mitbekommen hab die letzten Jahre, das ist schon lange her, dass es diese Karten mal gab. Auch Arcane Macht. Das ist echt lange her, dass ich die mal gesehen hab. Ich hab Arcane Macht auch nie gespielt. Also da kann ich auch wenig zu sagen, wie lustig das werden kann. Und ob das im Speed-Duel gut funktioniert oder nicht. Auch sehr schön an die Serie angelehnt hier, das Artwork wieder. Also da müsste ich das dann mal antesten. Wenn ich denn die Box mal bekommen sollte. Weil momentan finde ich immer noch niemanden, der irgendwie das mal ermöglicht. Also ich hab keine Pre-Order-Funktion jetzt gefunden in Amerika. Ich bin vielleicht auch... Ja, ich suche vielleicht auch an den falschen Stellen. Keine Ahnung. Ich hoffe dann, wenn die Box draußen ist, dass dann bei Ebay die ersten Sachen auftauchen, wo ich dann aus Amerika importieren kann oder Kanada. Und ja, schauen wir einfach mal auf die Karten jetzt weiter hier. Sehr schön, dass hier ein paar von diesen Dinosauriern wieder drin sind. Dass ich das ursprünglich angefangene Dinosaurier-Deck von Rexraptor so ein bisschen ausbauen kann. Ja, bei den bisherigen Sets waren ja immer dann diese Jurassic...Monster-Dinosaurier mit drin. Und hier hat man nochmal so ein paar Klassiker reingepackt, die mir auch echt besser gefallen. Auch vom Design her finde ich die ein bisschen cooler. Weil mit diesen Jurassic-Dinosaurier-Thema-Monster, die mochte ich irgendwie auch nicht so. Da gefallen mir die hier deutlich besser. Ja, der Gilosaurier ist auch eine sehr coole Karte vom Effekt her. Oder haben die den jetzt abgeändert? Obwohl, wir gucken jetzt erstmal nur das Set durch. Wir wollen ja auch schauen, was denn so Moki-Moki-technisch jetzt alles drin ist. Ich habe die Liste nämlich nur mal kurz gestern überflogen. Da ist mir vielleicht einiges entgangen. Also den König habe ich gesehen. Ich hoffe ja, dass der treibende Moki-Moki logischerweise mit drin ist. Das würde sich sehr gut anbieten für das Deck. Und... Achso, ich war gerade irritiert von dem Foto. Ja, klar. Es kann natürlich noch nicht alles eingepflegt sein, weil er jetzt in Gold-Rare hier ist. Ist natürlich eine Secret-Rare. Und Megafelsdrache, Schalenritter, verwörterter Soldat. Das ist dann schon für den nächsten Charakter, glaube ich, diese Fossilien nenne ich es jetzt einfach mal. Fossilkeiler, Medusawurm. Zeitstrom. Topf der Trägheit als Secret-Rare. Hätte ich jetzt auch nicht so gebraucht. Ja, mag sein, dass die Karte spielrelevant ist. Aber es muss doch nicht jede spielrelevante Karte eine Secret-Rare sein. Och, der mystische Raum-Taifun. Echt? Dafür habt ihr den Secret-Rare-Slot verwendet? Zumindest törichtes Begräbnis. Hat diesmal keinen Print bekommen. Aber das ist auch so eine Karte, die war gefühlt in jedem Set drin bei Speed-Duel. Also törichtes Begräbnis stapelt sich bei mir schon. Obwohl ich die sogar schon in die Decks mit eingebaut habe. Sekoretzo Amoyo, die nehme ich immer gern mit. Befreiung aus dem Stein ist wieder was Fossiles, höchstwahrscheinlich. Ein paar Bilder fehlen noch. Plan für eine Finde- und Sprengsicherung. Okay. Spiritistische Erdkunst-Korugane. Aha, eine Spirit-Charmer-Karte. Na gut, ja, es ist mehr auf die Erdmonds natürlich bezogen. Nur weil es jetzt halt eine von den Spirit-Charmers zeigt, muss das natürlich nicht gleich heißen, dass es eine Spirit-Charmers-Karte ist. Fossil-Drache Schädel-Gios. Der sieht sehr cool aus. Den hat man, glaube ich, auch auf die Packung gepackt. Der sieht wieder nicht so cool aus. Und da haben wir da ganz paar Fusions-Fossil-Monster. Interessant. Die sagen wir auch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Das wäre was Neues gewesen. Ich hätte gern was Neues entdeckt, Konami. Schade, dass sie die Box nicht rausbringt. Bewaffneter-Drache Level 10 weiß. Den als Secret-Rare sehe ich voll ein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gefällt mir. Cyber-Finsternis-Kanone. Elementar-Held Prisma. Ja, Konami, dankeschön. Dankeschön, dass ihr wenigstens eine Bitte von mir aufgegriffen habt. Der treibende Moki-Moki ist mit drin in dem Set. Toll. Wenigstens etwas habt ihr gebacken bekommen, was das angeht. Als Secret-Rare vielleicht noch drin. Ich halte mich mal zurück. Ich finde es toll, dass er drin ist. Dass ihr daran gedacht habt, den treibenden Moki-Moki reinzupacken. Das ist schon mal eine coole Sache. Da möchte ich auch gar nicht mich erst mal weiter drüber auslassen. Aber stellt euch mal dieses Artwork in Secret-Rare vor. Mit diesen ganzen zahlreichen Sternen im Hintergrund. Und das als Secret-Rare. Es passt perfekt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was die letzten neuen Secret-Rare-Plätze sein werden. Wunderfusion gibt es hier nochmal. Weißer Schleier. Auch eine sehr interessante Karte, wie ich finde. Überlebensende. König der Moki-Moki natürlich drin. Der ist auch schon lange überfällig eigentlich. Der hätte gleich beim ersten Mal dabei sein müssen. Ja, bisher konnte man ja die ganzen Moki-Moki-Karten ja nur... Oder wenn man einen Moki-Moki-Dick haben wollte, musste man auf die Academy-Box zurückgreifen. Weil nur da war der normale Moki-Moki drin. Hier scheinbar nicht, komischerweise. Ja, wir sind auch so gut wie am Ende. Also ihr könnt weder mit der Hälfte was anfangen, noch mit der anderen Hälfte wirklich was. Obwohl mit der anderen Hälfte habe ich ja schon mal gezeigt. Da kann man ein sinnvolles Deck draus bauen, was ganz lustig funktioniert. Aber um es wirklich richtig spielen zu können, wie in der Serie, braucht ihr natürlich den König der Moki-Moki und auch die Fähigkeitskarten, zu denen wir gleich kommen. Die letzte Karte ist Elementarheld Wild Edge. Okay. Eine Jaden-Karte, die die Neo-Weltraumgeschichte supportet. Destruction Fate. Ja, der wird wahrscheinlich dann die Arcan-Monster mit supporten. Hier nochmal Dinosaurier-Support. Food Chain von Hasselberry. Major of Paleontology. Paleontology. Das ist die fossilen Monster halt. Wise Man Neos. Okay, nochmal eine Neos-Karte. Magician Scales ist drin. Dino-Brain Immunity. Dig-Sight Inspection. Invitation to the Society. Was bringt das denn genau? If you open and control this monster, if you equip with a fight, fail, you control. Okay. Ah, ah, ja, ja, ja. Okay, das ist natürlich auch sehr interessant. Das greift die weiße Schleierkarte nochmal auf. Das ist eine nette Idee, auch mit zwei Charactern hier so drauf. Obwohl ich den Story-Part echt weird fand, wo die dann halt dieses Obelisk-White oder also die ganzen Obelisk-Leute sind ja irgendwie dann in das weiße Haus gekommen. Es gab dann ja wie so ein viertes Haus neben den drei bisher, also blau, rot und gelb waren ja die bisherigen Häuser bei der Academy. Und dann wurde durch Sartorius ja dieses weiße noch mit eingeführt, wie so eine Steigerung von Obelisk-Blau halt. Und dass die dann alle so sektenmäßig drauf waren und so, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Es war irgendwie eine komische Stimmung, hat mir nicht so gefallen, aber schön, dass es mit aufgreifen hier in der Box. Und dass man das auch nochmal als Fähigkeitskarte mit hat. Moki Moki Madness mit dem coolen Belowski drauf. Sehr schön, da schauen wir auch gleich nochmal rein, was diese Karte so bringt. Wenn alle Monster-Control Moki Moki Monster sind, also mindestens ein Moki Moki muss man haben. Können Effekt-Monster in der Runde, in der sie beschworen werden, nicht angreifen. Das ist schon mal ein cool, ein kleiner Schutz für Moki Mokis. Und einmal pro Duell, wenn man zwei oder mehr Feenmonster kontrolliert, kann man eine permanente Moki Moki Zauberkarte vom Deck offen in die Spiel-, also Zauber- oder Fallenzone packen. Und wenn man das tut, kann man ein Monster, was man kontrolliert, zerstören. Also da geht es darum, halt sich den Moki Moki Wutanfall zu holen und gleichzeitig den Effekt auch zu aktivieren, indem man halt eins dieser beiden Feenmonster halt zerstört. Das muss nicht unbedingt ein Moki Moki sein. Bestenfalls ist es natürlich der Moki Moki König und man hat schon ein paar Moki Mokis auf dem Friedhof. Dann würde der nämlich zerstört werden und drei Moki Mokis mit jeweils 3000 ATK würden auf dem Feld erscheinen. Das ist sehr schön, das supportet das Thema wirklich gut. Und einmal pro Duell, man kann eine Karte abwerfen und eine Fusionsbeschwörung von Moki Moki König vom Extratec durchführen. Und man kann Materialien von der Hand oder vom Feld dafür verwenden. Also sprich, man braucht keine Fusionskarte dazu, also sprich, die Fusionszauberkarte selber. Sehr schön, gefällt mir gut. Witziges Bild auch von dem Belowski. Äh, auch, ja, muss ich auch wieder sagen, sehr, sehr schade, dass wir die Box höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Cyber Dark Steam ist noch mit dabei, eine Skillkarte für Zayn. Und dann für Esther Fenix ist auch nochmal eine mit drin. Ähm, ja, das wäre soweit das Midterm Destruction Set, was nur in Amerika rauskommt. Nicht in Europa, wie es aussieht. Erscheinungsdatum 29.03. Ich habe vorhin auch nochmal geschaut. Es ist wirklich noch nirgendwo irgendwas aufgetaucht, auf irgendeiner Seite in Deutsch oder so. Man kann es nirgendwo vorbestellen. Also der jetzige Stand, ich habe auch keine E-Mail bekommen natürlich. Ähm, der jetzige Stand ist wirklich, dass es bei uns nicht erscheinen wird. Und damit müssen wir jetzt einfach auf den Release in Nordamerika und Kanada, kommt es so wie auch raus, warten. Und dann muss man sich das halt von da nach und nach halt wahrscheinlich ranholen oder warten, bis dann hier der ein oder andere Händler das beim Card Market oder bei Ebay anbietet. Und dann muss man sich da halt die Karten nach und nach ranholen. Und ja, sehr schade gelaufen. Auch nicht schön, wie es gelaufen ist, wie ihr anfangs schon erwähnt mit meinem kleinen Wutanfall. Ähm, ich habe mit Hobbyliga auch nochmal einen kompletten Talk aufgenommen zu dem ganzen Speed-Duel-Thema. Da tun wir auch nochmal unsere Gedanken zu äußern. Das wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen, das Video. Und tja, jetzt wünsche ich euch erstmal trotzdem noch eine schöne Woche. Freut euch auf das Video, was morgen kommen wird. Und ja, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und ja, bis dahin, macht's gut und ciao.